Servus Leute und herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal Alamo. Cool dass ihr wieder reingeschaut habt. In meinem heutigen Video möchte ich euch eigentlich nur ganz kurz und knapp den Sound bzw Soundqualität des Apple Homepods vorstellen. Für mich ist sie wirklich atemberaubend. Sie ist nicht zu Basslast. Ich habe trotzdem einen kräftigen Bass. Sie hat super Höhen und Mittel und ich finde es einfach atemberaubend. Ich kann den Sound wahrscheinlich leider sowieso nicht so rüberbringen wie hier klingt wenn man neben dem Gerät steht. Aber ich versuche es mal mit ein paar kurzen NCS Soundtracks. Ich würde sagen lasst uns nicht lange schnacken und gleich damit beginnen. Musik 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 So, ich hoffe ich konnte euch einen kleinen Eindruck des Lautsprechers vermitteln. Also wie gesagt der Sound natürlich hier ist um einiges besser wie ihr auf dem Bildschirm bzw. am Smartphone oder am Rechner wo ihr auch immer sitzt hören könnt und es rüber kommt. Aber er klingt wirklich sehr 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 gut. Also man kann es vergleichen mit Sonos Geräten und da noch mal eine Schippe drauf. Also ich würde sagen schreibt mir eure Meinung in die Kommentare was ihr davon haltet und würde mich an der Stelle natürlich über ein Abo freuen, über einen Daumen hoch für dieses Video und wäre cool wenn ihr die Glocke alarmieren würdet um weiterhin immer benachrichtigt zu werden wenn ich ein neues Video hochlade. Dann sage ich mal Ciao und bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik